Ich mag die Inka Tradition. Ich finde die Inka Tradition klasse. Ich finde die Inka Tradition klasse. Ich finde die Inka Tradition klasse. Ich finde die Inka Tradition so klasse. Ich finde die Inka-Tradition super, weil sie ist einfach, sie ist handfest, sie ist praktisch. Wir können sie überall, zu jeder Zeit und wirklich an jedem Ort machen, weil sie mir in jeder Situation meines Lebens hilft, weil ich nenne sie quadratisch praktisch gut ist. Denn ich habe dadurch einen noch tieferen Zugang zu den heilenden Kräften des Göttlichen und von Mutter Erde bekommen. Weil sie ganz viele Tools und Übungen bietet, eine bessere Welt zu erschaffen. Kraftvoll in den Tag zu starten oder eben den Abend angenehm ausklingen zu lassen, dass sie weder gut noch schlecht gehen. Weil sie mir zeigt, wie ich Harmonie in mein Leben bringen kann, Wünsche manifestieren kann. Weil sie mein Leben komplett verändert hat. Weil sie nicht wertet, die Methoden einfach sind und effektiv. Ich kann sie immer und überall anwenden. Diese mit sehr einfachen Techniken sehr wirkungsvoll. Und alles wird dadurch leichter und besser. Weil ihre Werkzeuge und Techniken so unglaublich einfach sind. Also ich bin sehr dankbar, dass ich diese Tradition gelernt habe. Und sie macht das Leben so viel einfacher. Ja, das wollten wir euch gerne mitteilen und wünschen euch, dass auch ihr die Erfahrung machen könnt, die Inka-Weisheitslehre mal kennenzulernen. Viel Spaß, bye-bye. Musik 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 Komm, folie, komm, folie, komm, folie